Nebe Brutals neustes Stück nennt sich vorne raus, hinten rein oder warum die Absurdität von mehreren Seiten zu Verblüffungen führt, demnächst im Theaterhaus Mitte zu sehen. Hi, Morgen! Ja, nun, hopp! Ihr wisst wie es ist, ne? Ich hatte da noch ein paar Projekte zu besprechen. Was ist mit der Tür? Die könnte auch zugemacht werden. Sollen wir uns noch die Requisit mitnehmen? Ja, die hattet ihr doch... Ah, okay, dann hol ich die auch mal aus. Die brauchen wir ja. Die Requisitungen 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 Das sind aber schon Also seien noch Sie da mal, wenn Nebel Brutal ihr neues Stück zeigt, vorne raus, hinten rein, oder warum die absurde... Ich hätte sowas von Nebel Brutal, hinten rein! Mit Johanna Marchow, Marc C. Behrens, Lena Milde, Christian Wagner und dieser Björn Zahn. Nebel Brutal, rock that shit. Juhu, 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 juhu. Klasse, freu mich, also ja, bis dann dann.